Scheiß Alpha. Ich geh jetzt lieber Eurotrugs spielen. Ja, ist halt so. Da wurde ein Reisen hier. Ja, gehen wir mal hier lang, oder? Einfach so, hätt ich jetzt gesagt. Da kamen wir doch her. Ja, stimmt. Ja, keine Ahnung, wollen wir in den Wald? Ja, wir müssten in die andere Richtung. Ja, wir müssten Richtung Wald eigentlich. Okay, dann gehen wir da lang. Im Wald. Ja, ich geh in den Wald, Mann. Ja, im Wald. Ja, spiel die. Oh, ne, schluck Bier trinken. Bier trinken, oh. Mhm. So, da könnte man jetzt auch mal einen. Oh, Mann. Weiß gleich, ob der das Spiel hat. Haha. Sollts einfach sehen. Meine Fall ist zu... Neben mir ist gerade ein Rehkitz gesporen. So, hier ist ein Bambi. Aber ist wieder kein... Oh, ich hör, ich hör Ureinwohner, glaub ich. Ich auch. Ich nicht. Hinter dir, Konrad, hinter dir, Achtung, hinter dir, drehe dich um, Junge. Töte ihn. Krieg deinen Mutter an, was ist los mit, du Kachpa? Komm, Arminarum, komm, was ist los, du Hurensohn? Anamnastikin, Gürtel, nimm mal her. Ist immer gut, wenn man so einen Kanacken dabei hat. Ja. Was ist los, Kachpa? Ey, ich hab keine Kraft. Ihr müsst geselfen, ich hab keine Kraft. Oh, ich schieß daneben. Aua. Ey, diese Wurensohn, der auf Boden liegt, der steht auf, Hörmann, was los, Hörmann, Freund? Hä, warum rennen die weg? Warum machen die so was? Ich verschieße hier nur unnötig Pfeile. Wir haben Angst vor uns. Wir müssen einen Dreieck, wir müssen einen Dreieck machen. Okay. Ich hab den verscheucht, den Bastard. Ich hab seine Mutter gefickt. Gesundheit. Warum erschreckst du mich jetzt? Mach ich nicht. Ne, hier im Wald kann man sich schon leichter kelten. Da sind sie, ich hab sie. Wen? Weide. Du, Einwohner? Warte, alle, warte, Arminarum. Komm, lang. Was? Was, Arminarum? Sebastian, da rennt zu dir. Ja? Warum rennt der denn so, Wirrwarr? Kachpa, was? Kachpa, Arminarum. Fotzlern, Arminarum. Fuh, Arminarum. Ey, 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 Olum, Olum, schön, Jäger. Ich hab keine Energie, was wir tun? Egal, ein Kanacke geht drauf, auch wenn er keine Energie hat. Oh, Todesmut. Arminarum, Alter. So, hätten wir das geklärt? Sebastian? Ja. Kann ich mich heilen? Ja, brauchst Medikamente. Scheiße, ich hab jetzt alle ins Regal gelegt. Scheiße. Ja, wir finden bestimmt welche. Warte mal, ich hab bestimmt eine Medication. Das sind oben links so Pillen, in der Nähe vom Rucksack sind die. Ja, aber ich hab hier so Saft. Der bringt auch was. Gag? Okay, es geht weiter. Also, so halb, wir haben sie lang jetzt. Der Kanaka hat denen gezeigt, wo's lang geht, Alter. Warum schleppst du denn mit? Die war nett. Was ist das? Was war das? Was war das? Ich hab Musik. Geil. Wo hab ich die her? Leute, ich würd sagen, keine unüberlegten Sprints. Tamam. Hä, wo ist jetzt die Kassette hin? Ist das drin? Ach, sie ist drin. Cool. Dadadadada. Dadadad. Alle haben die direkt mal den Kanaka herausgefordert. Ich glaubs nicht, Alter. Du hast voll Blut an der Hose. Ich fick mit Blut, Mann. Du hast Blut am Arsch. Am Arsch, ja aber du auch. Ich wurde aber auch voll erwischt. Ich hatte keine Kraft mehr, und dann hat er mich passiert. Du hast denn, du willst mich ins Bett kriegen? Wollen wir mal einen Shader bauen? Hier kommt doch schon eins Ja zum Schlafen Was? Für hier? Guck mal nochmal Spaß in der Nacht Hat einer eine Taschenlampe oder? Ah warte mal Jungs Bleiben wir da ganz kurz stehen wenn ihr so seid warte Ich hab doch Ich hab doch Ich hab doch da was Wir könnten nochmal ein Feuerwerk anzünden Was soll das? Ich musste L drücken Komm einmal nach drücken Was? Was? Oh fuck ich bin gleich tot Oh mein Gott ich bin tot Nein wirst du nicht? Nein Was? Scheiße ich bin tot Conor hast du noch Medikamente? Ein weißes Licht Dann kannst du ihn heilen Du musst dich an diesem Hurensohn rächen Du musst dich an diesem Hurensohn rächen Ich hab ihn geheilt Oh Gott der ist Ah ich bin Allah ich bin von dem Teufel aufgestanden Oh ich hab nix zu trinken Scheiße Scheiße ich hab nix zu trinken Lass dann ich komm mal zu dir Sehr gut Ich schaff aber halt Ich hab wirklich nichts Komm wir gehen mal hier die Klippen hoch Oh Pilze Komm wir gehen mal hier die Klippen hoch Ey schon wieder Warum geht ihr denn jetzt auf mich der Hurensohn Weil du der Türke bist Warum spielt ihr denn 4-3 Aua So Ich wollte doch eigentlich nur mal einen Stick anmachen Weißt du wie kann ich mal ein Feuerzeug anmachen Mit L Leid Leid Kommt ihr? Ja gut Ja Können wir mal auf das Schiff gehen Da finden wir bestimmt irgendwas Wie zünd ich jetzt diesen Stab an? Das weiß ich auch nicht so ehrlich gesagt Ich hör irgendwie immer noch Ich hör immer noch Ureinwohner Ich nicht Ich hör nur mein Bett Guckt mal hier so in die Koffer rein Vielleicht ist das ja irgendwas schönes Ja ich bräuchte so da oder sowas Uah Guck mal ich bin ein Bettler Sebastian Die Ecke hier hat sich auch so Ey geil wie hast du das denn bekommen? Äh ich hab L gedrückt gelassen Was hast du? Ich hab L gedrückt gelassen Ach gedrückt gelassen Mhm Okay war das Ich bin da an Aaaaah Geil Was passiert dann? Soll ich jemand von euch anzünden? Nein Habt ihr so ein Stock oder was? Ja Upgraded Stick Oh Der Upgraded Stick der bringt was im Ja weiß nicht wollen wir mal auf das Schiff gucken oder? Nicht so oder? Jaa Wo ist denn denn ein Schiff? Da vorne Auf was bin ich denn für Nutten? Die Ecke hier hat sich auch so krass verändert ne? Weiß ich ob jemand die noch kennt Ja Ja vom Let's Play gucken Ich fand die damals schon krass Ja Oh hier gibt's noch Hier gibt's noch Zeug Ey wie bleibe ich denn oben? Muss mal tauchen Muss einfach mal oben gucken Dann bleibst du auch oben Muss mal ganz nach unten tauchen auf dem Boden Warum? Ne oder? Doch geht Und dann bringt man was im Bett oder das? Nee 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 Im Bett bringt man trotzdem nichts Aber das muss so sein Das ist völlig okay Beim Wasser ist man so unendlich langsam irgendwie Oh da ist ein Rettungsring Kannst du aber auch im Wasser sprinten ne? Ist mein Bauch Konrad du kannst im Wasser sprinten? Ich nicht Doch klar June 82 Nein meiner friert Und hat Durst Was ist das denn? Hm Wo kommt man denn hier hoch? Äh links eigentlich Da ist so ne Leiter oder so Oh ok Wow mir ist kalt Ja Konrad ich mach uns wärme Was ist das denn? Ich danke dir mal Boah samme ich dich ne Yacht Wir haben scheinbar den Juni 82 Ein Seil ist das Ok Noch ein Seil Falls es reden 82 Echt? Kommst du da drauf Weil ich nur ein Foto gefunden hab wo du stand June 82 Oh Leute Oh Milch Missing Milch Zachary wird vermisst Oh ne Bibel Ey guck mal hier liegt ein toter Hurensohn Oh Sauerstoffgerät Schokoriegel auch ist das schön hier Guck mal in dem Bett liegt ein toter Wo? Ach schau mal hier können wir auch pennen Dann wirds auch tag Ja echt? Ey wie geil Ja hier unten Lass mal direkt machen Ach hier hab ich den Kassettenrecoller her Guck mal der liegt jetzt hier Ah ja Der liegt jetzt hier das sind normale Gedanken Wo können wir pennen? Da vorne in dem Bett Was für Bett da? Ja ok ich geh mal ins Bett Ja ich auch Voll voll cool Uäh da liegt ja echt ein toter Ne egal ich schlafe hier Ich kann nicht z drücken Was ist denn das für ein Bild alter Was haben wir da für ein Bild gefunden? Wieso kann ich nicht z drücken? Oder hab ich schon z drückt? 3 von 3 Da muss ich wahrscheinlich noch hin Ah jetzt kann ich z drücken So jetzt sinds 2 von 3 Konrad bitte Oh Leute Ja du musst da schon stehen bleiben Sonst glaub dir das Spiel nicht Dass du schlägst 3 von 3 So Geil Cool Alter jetzt geht hier mal weg Ja furchtbar hier ne Da liegt noch ein Kassettenplayer Wer will Wo? Auf dem Boden Geek! Oh Mann Wie sich hier keiner einen Schritt zu weit bewegt ey Schlimm So Ich bin im Bett So das war es hier auf dem Schiff oder? Dank schon ja Gut aber hier waren viele Pumbus Matis Oder? Ja Ihr isst es so Oh ich hab Hunger und Durst Ich fühl mich hier grad wie bei Live in the Woods Aber ich hab auch glaub ich was zu essen Ich geh ein paar Fische angeln Hä wie kann meiner denn durstig sein? Ich bin doch ein Wasser Das ist ja Salzwasser Mhm Wer sagt diese? Das ist diese Meer Wer sagt Wer sagt dass das hier ein Meer ist? Nein Wer sagt das? Wer? Was ist das Spiel? Was ist da ein Spiel? Das Spiel sagt Aufkrank Tut mir leid Entschuldigung Ich kann mich wieder benehmen wie ein normaler Mensch Warte Boah wie viele Uhren ich da drin habe im Gepäck Du hast ihn fett Was? Uhren oder? Leute Okay wir reisen jetzt oder? Hier sind noch Beeren falls jemand was zu essen braucht Ich hab Bock auf sowas Sag einfach mal weiter geradeaus oder? Konrad was machst du? Ich will was essen Ja ok Es geht um Drogen Es geht um Drogen Es geht einfach um Drogen Also hier sind wie gesagt noch Beeren Na also Beeren Ja kannst du nur anbieten Die wird mir aber meistens schlecht Ja aber das ist ein gesunde Beeren So dunkelblaue Ich bin im Bett Wo bist du? Seid ihr? Seid ihr in den Himmel? Was ist das hier? Ich bin hinter dir Wo ist der dritte? Ach du bist schon da vorne? Ja klar Achso Oh Leute Was ist denn los? Eine Falle Echt jetzt? Willst du schon mal draufhauen? Ja mach mal Aber warte mal da kann man was machen Schau mal da gehts runter Komm mal wieder hin Geh mal rein Pascal Hey ich bin nur weil ich der Kanake bin Tschüss 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 Ok jetzt habe ich ein bisschen Angst Kommt ihr mit? Sagt mir mal wie das Wetter da unten ist Ihhh da laufen Was denn? Da laufen so Zombies unten rum Das sehe ich von hier Was für Zombies? So mit 8 Beinen und so Oh ne bitte nicht Ohne Witz Ich kann noch zurückkehren Kommt wieder hoch Ich habe die grad gesehen von hier oben Ok tschüss Gehs wieder hoch sowas ja? Ich weiß nicht Der läuft genau unter euch jetzt gleich Ein bisschen rechts von euch Unten Hey Sebastian Verarschenst du dann quasi Was dann? Du hast gesagt du bist unten Ja Du presst mir grad deinen Arsch in die Fresse Ne Seht ihr den auch da unten? Ne wo dann? Warte mal Ah jetzt ist er wieder Ach wie hell wie Tag hell es hier ist Kletter mal runter es ist so dunkel Echt? Jaja Also ich habe den gesehen Der soll mal wieder kommen So mit 6 Beinen hatte der Das war ja ich kenn die Dinger Die gab's ja schon früher Machst du Ich will diesen Stein da reinwerfen aber irgendwie geht's nicht Toll der bleibt hier einfach liegen Ich habe ein Bett aber keinen Freund Aber irgendwas gibt's da unten doch bestimmt Stimmt da gibt's gute Sachen Lass uns doch mal ey Ganz ehrlich Was seid ihr für ekelhafte Menschen Jetzt gehen wir da runter wie Kanacken und machen das einfach aus Wie Kanacken Ich wollte den Spannungsbogen ein bisschen aufbauen Ja Ja Alter jetzt seid ihr alle so motiviert reingegangen Dass ich nicht reinkam Ich wurde einfach wieder rausgepresst Was echt? Ja ich war auf einmal wieder oben Du wurdest wieder rausgepresst Ja Das hat so kräg gemacht Und auf einmal habe ich nur in den Himmel geguckt Und war oben Ich seh den unter mir Ich seh den unter mir Ich seh den unter mir Die Sounds Alter Wie siehst du den Mann Ich kann gar nicht runter gucken Ich schon Konrad Bleib mal stehen Ich bin auch stehen geblieben Ach ich geh jetzt runter wie ein Kanacko Was soll passieren Dann komm komm Aber hier bräuchten wir Hast du nen Bogen? Boah die Sounds Ja ich sehe den Der hat Kinder Boah das Die hängt der noch am Seil Sag mal Die gibt's Die krabbeln da rum Jetzt sind das beim Amaden Alte Ich bin wieder hoch Seid ihr auf dem Seil oder auf dem Boden Ich bin noch auf dem Seil Ich auch Riff vous Ich genau Wisst ihr was Wisst ihr was Guckt jetzt genau auf mich, ich zeig euch wie das ein Charakter fliegt Was los du Futsch, mach mal nach oben! Wie die Fliegel, wie die Fliegel, wie die Fliegel! Ich muss auch runter, ich sehe es uns nicht, nur auf meinem Channel, nur auf meinem Channel Oh scheiße, ich bin tot! Ah ne, nicht dein Ernst! Ne, ich lebe noch! Glaub mir besser Junge! Boah, was war das denn? Boah, da ist es viel! Warum geht meiner nicht vom Seil weg? Hallo! Alter, ich sterb gleich, ich sterb gleich! Warte, ich mach Molotovs, ich mach Molotovs! Leute, ich bin in der verbacken Ecke, die können mir nichts anhaben! Du bist ein Wichser, bist du! Ich bin gleich tot, bitte! Ja, ich mach grad Molotovs! Wo hab ich denn Medizin? Komm, ich komm zur Schamme nach oben! Scheiße, ich hab ihn getroffen, oder? Ne, hab ich nicht! Ich versuch's mal mit Pfeil und Bogen! Ich bleib einfach im Inventar und cross den Molotovs! Aber ist so schwierig! Dann sehe ich das Eident hier nicht! Das ist mir zu eklig, weißt du! Den Dicken hab ich getroffen! Sackdoof, feige, unverklemmt! Ist der Dicke da hinten! Warte, ich mach mal Licht! Ja, ich hab ihn getroffen, er brennt! Er brennt! Guck mal, der ist schon ganz schwarz! Der kommt, der kommt, der kommt! Ich seh's gar nicht! Boah, wie viele Pfeile muss ich da noch reinjagen? Ne, bei mir ist er tot! Jetzt bei mir auch! Was sollen denn diese Kribbelbabys? Keine Ahnung, die sind auf jeden Fall ziemlich neu! Die machen auch die ganze Zeit in den... So, kann man jetzt mit dem irgendwas machen? Ich brenne! Warum? Warum? Toll! Leute! Ich hab nur das Feuerzeug in der Hand! Ja, ich auch! Kann man eigentlich mit dem da hinten jetzt irgendwas machen? Hat der irgendwas tolles gedroppt oder so? Ne, so dumm! Wo ist der? Was hat denn da geduld? Da am Seil, genau unterm Seil hängt er! Da hinten bewegt sich noch ein Kind, aber ich glaub, es kommt nicht raus! Ja, aber der hat nichts fallen lassen oder so, ne? Der kann nix! Der kann nix, toll! Der ist nur eklig! Das Spiel ist schon echt ein Horror-Game, ne? Also so gesehen schon, ja! Ja gut, lass uns doch mal die Höhle erkunden, oder? Na mach mal! Na mach mal! Was sagt ihr alle? Guck mal, hier geht's hoch, oder? Jetzt geht ihr wie meine kleinen Macher hinterher! Weißt du, was ich einfach mach? Ganz ehrlich? Mhm! Warum sind wir eigentlich eher drauf gekommen? Ob was? So, schon ist hell! Wir sind geschützt! Einigermaßen! Warum sind wir geschützt? Ja, weil die Feinde anbrennen! Aber ich glaub, die sind... Du schlägst nicht mit dem Feuer! Du schlägst mit dem anderen Teil davon! Echt jetzt? Wie logisch! Bei mir hat der eben so geschlagen! Ich will nicht! Oh, Sebastian, diesen Koffer! Oh, was ist denn hier los? Die müsst ihr mitnehmen! Wow, was war das denn? Wer hat mich denn jetzt geschlagen von euch Tierneys? Leute! Ihr habt mich geschlagen! Spawnen eigentlich für alle die Sachen, oder ist es jetzt egoistisch, wenn ich mir was nehme? Ich weiß es nicht genau, ehrlich gesagt! Oh, ich hab ne Kassette gefunden! Da lag ne Kassette! Ja, okay, die lag bei mir auch! Also scheinbar Spawns für jeden! Das hätt schon mal gut! Aber es geht doch hier bestimmt mal irgendwo weiter, oder? Komm, hier die Steine wegmachen! Kann man das? Es macht Geräusche auf jeden Fall! Es macht Geräusche auf jeden Fall! Ja, toll! Aber... Ich glaub nicht, dass es was bringt! Warte, ich fick den Stahl! Oh my god! Hm, das ist... ne... Das bringt ja irgendwie gar nicht! Ich glaub, ich hab dich grad ausgesinnert eine übergezogen! Nein, mir geht's gut! Komm hier nicht vom Fleck! Ich komm hier nicht weg! Du bringst nix im Bett! Ich komm hier wirklich nicht weg! Oh fuck man, meine Zigaretten sind unten! Hier festgepackt! Jetzt wirklich? Ja! Kannst du dich nicht irgendwie rausducken oder so? Ich bin grad dabei, mich rauszukobeln soll jetzt! Ja, das ist schön! Okay! Ich glaub, das war auch grad der Schlag, den ich bekommen hab! Ich glaub, das war nicht ihr, das war einfach irgendwie die Decke! Die mir auf den Kopf gefallen ist! Aber das mit der Fackel ist echt ein guter Trick! Da ist hier gleich ein bisschen freundlicher! Oh, hier krabbelt ja noch ein Baby! Oh, hier brennt ja noch ein Baby! Ja, hier bin ich! So cool!